jetzt auch mit vielen bonus inhalten auf steady hi tombi hallo sehr cool dass du da bist und damit bist du natürlich auch prädestiniert eine meiner berühmten einstiegsfragen zu bekommen die können lebensentscheidend sein ich bin mir nicht sicher wir lassen es einfach drauf ankommen okay ich liebe es immer wie verunsichert die leute dann sind ach einer der vielen dinge die ich an diesem podcast lieber aber hier kommt eine einstiegsfrage was wäre für dich das wohl beste duell auf dem schlachtfeld von star wars was du dir vorstellen könntest du gegen deinen gegner und was wäre das schlimmste duell und die einheiten kannst du dir aussuchen du kannst sowohl deine einheit bestimmen als auch den deines gegners oder deiner gegnerin beste duell jetzt im sinne von dass ich die besten chancen habe zu überleben oder das ist irgendwie der spannendste oder episch der kampf oder sowas ist es kann auch gern was fürs kino sein also dass das 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 lasse ich überlasse ich dir also ich bin ja eigentlich gar nicht so der große fan von so es gibt ja richtig viele hier so so fan fictions beziehungsweise so leute die dann immer so so power level quasi vergleichen dann sagen sie hier wäre stärker darth vader dann und dann oder luke skywalker dann und dann da bin ich meistens eigentlich gar nicht so der fan von von daher ganz schwierig die frage das wäre mein liebstes duell also ich bin ja großer fan von darth vader von daher den würde ich auf jeden fall für mich nehmen das loggen wir schon mal ein alles klar darth vader gegen gegen das wäre jetzt richtig spannend eigentlich gegen irgendjemanden den er eigentlich gar nicht bekämpfen kann also von vielleicht einfach mal oder dass das wäre das wäre tatsächlich echt interessant sonst hätte ich jetzt gesagt irgendwie er eher in seiner in seiner darth vader form gegen quasi sein jüngeres ich in seiner anakin skywalker form oder so wenn man ist es vielleicht auch der kampf so der innere kampf gut gegen böse oder so da wette ich dass es das wahrscheinlich irgendwo mal in irgendeinem comic gegeben hat wahrscheinlich ja das klingt das klingt eigentlich viel zu gut als dass es noch nicht irgendwo vorgekommen ist das finde ich spannend darth vader gegen darf maul fände ich spannend und jetzt designen wir mal den langweiligsten kampf den der dir einfallen könnte der langweiligste kampf na gut irgendjemand der nicht so oft im kämpfen erprobt ist oder sowas der kleine der kleine anakin als kind gegen jaja bing's jaja bing's dann als sith lord das wäre auch super ja gut man muss wissen anakin hat ja diesen 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 ich bin der chosen one bonus ich kann ja ganze föderationsschiffe auch kaputt schießen einfach weil ich weil ich ich bin deswegen ist es kein und jaja bing's unterschätzt man immer deswegen der oh das könnte sogar wieder ein spannendes duell sein ich bin ganz ehrlich das lahmste duell von dem ich mir am meisten erhofft habe war obi-wan kenobi gegen general grievous das finde ich ist so mit abstand eines der langweiligsten du ende die ich kenne okay ich finde das kann man unterbieten also fällt mir jetzt nicht viel zu ein ich finde es bei dem bei dem duell immer ganz interessant sehr ambitioniert wahrscheinlich damals das kam ja 2005 raus also episode 3 finde ich sehr ambitioniert dass sie dann irgendwie versucht haben ist irgendwie immer zu toppen erst mal so doppelklinge in episode 1 dann vielleicht auch mal so zwei einzelne und gleich dann mit vier lichtschwertern in so einem duell und das ist natürlich dann irgendwo auch schwierig zu koordinieren weil da hast du dann in den obi-wan darsteller der quasi gegen nichts kämpft weil da ist ja dann auch nur so ein platzhalter oder das wird ja alles per cgi gelöst und da finde ich es irgendwo also es ist auf jeden fall sehr ambitioniert dass man dann gleich auf vier lichtschwerter hochgegangen ist irgendwo ja auch wenn es nur ein paar sekunden gezeigt worden ist ja zu gerne einfach als ausgleich um diese szene wieder zu retten würde ich heutzutage einfach mit moderner technik mal ein kampf von general grievous gegen eine figur sehen die wiederum acht schwerter hat so das wäre super ja dahingehend haben sich die bei bei disney oder bei den bei den sequels leider noch nicht viel getraut mit so ganz experimentellen sachen oder ganz verrückten sachen die aktuelle technik ausnutzen wir bleiben mal gespannt nicht ob noch irgendeine kommende trilogie das mal komplett ab absurdum führt aber wir haben es auf jeden fall schon geschafft diesen podcast schon ab absurdum zu führen das ist sehr sehr gut innerhalb der ersten fünf minuten aber womit kommen wir denn eigentlich dazu zu einem wunderbaren na zu einem spiel aber auch also einem wunderbaren gast nämlich dem lieben matthias dem aka tom be einem der coolsten star wars creator innen da draußen auf youtube genau sehr cool dass du vorbeigekommen ist ja danke für die einladung auf jeden fall und da ist ja tatsächlich also ich glaube herderingefans würden sich freuen wenn in ihrem universum genauso viel abgehen würde wie bei star wars denn bei star wars werden noch filme kommen es kommen immer wieder serien und spiele technisch dürften wir uns auch gar nicht beklagen klammer auf das worüber wir heute reden wollen star wars battlefront classic collection man möchte aus dem bauch heraus immer sagen remaster und ich höre es auch oft überall nein es ist kein remaster es ist einfach nur eine neu portierung der alten battlefront teile für moderne konsolen darüber möchte ich heute mit dir reden ganz einfach wie stehst du zu dieser classic collection nachdem du jetzt schon länger etwas reingespielt hast ja an sich eigentlich ja es ist irgendwo so ein bisschen durchwachsen in letzter zeit gibt es relativ häufig videospiele die den start so ein bisschen verhauen die kommen dann irgendwie jetzt nicht sagen unfertig aber man hat auf jeden fall so ein paar sachen man sich sagt das hätte hätte vielleicht besser laufen können in diesem status kommen die raus und das trifft hier leider auch auf viele sachen zu gerade so der multiplayer hat wohl wie ich das so mitbekommen habe und auch selber getestet habe häufig noch irgendwo verbindungsprobleme dass man dann die die server nicht finden kann gerade der erste tag war wohl richtig schlimm da gab es dann nur drei server wo man rein joinen konnte also da haben sie das irgendwie komplett unterschätzt anscheinend wie viele spiele das das spielen wollen ansonsten was mich persönlich auch echt stört ist dass bei den spielen die die deutsche sprachausgabe irgendwie so teils drin ist und dann teilt es wieder auch nicht in den zwischensequenzen ist es deutsch und dann im spiel drin in game richtig ist es dann auf einmal englisch das finde ich irgendwie immer super immersionsbrechend und irgendwo auch schade weil es gibt die deutsche sprachausgabe von daher ist es halt einfach auch wirklich nur klammern nur reportierung und dass man dann solche prozesse dann irgendwie verhauen hat ist irgendwo echt einfach schade das kann natürlich alles im nachhinein geändert werden und wird es bestimmt auch aber irgendwo ist es immer schade wenn der staat so ein bisschen daneben daneben gehauen ist der erste eindruck zählt und es gibt spiele denen hat man das verziehen multiplayer geschichten das kann ich ja noch irgendwo verschmerzen gerade was so tonspuren oder so sprachausgaben angeht das verstehe ich ehrlich gesagt nicht warum sie das dann nicht fertig kriegen das wirkt so ein bisschen dienstag nacht und mittwoch soll es raus das hat dann so ein bisschen den eindruck das finde ich gerade schade gerade bei so nostalgischen titeln wo wir noch mal als fans übelst kritisch sind was sowas angeht das fand ich auf jeden fall schon mal gutes vorsichtig aber lasst uns bevor wir die collection jetzt im detail sprechen lasst uns doch erst mal über das original sprechen tommy ganz wichtige frage battlefront 1 oder battlefront 2 oder ist die frage eigentlich unnötig die frage kann man schon stellen also es gibt schon ein paar unterschiede bei den spielen ich habe beide damals als er rausgekommen sind tatsächlich auch gespielt jetzt wahrscheinlich nicht direkt bei release weil als kind war man jetzt ja nicht oder ich weiß nicht ich war und da war man jetzt ja nicht da her und hat geguckt irgendwie wann kommt jetzt welches spiel genau raus und dann hole ich mir das sondern das war ja dann häufig verknüpft mit geburtstagen oder weihnachten oder sowas oder dann hat man das auf dem pausenhof mitbekommen da kommt da ist irgendwie das neue spiel und dann hat man das bei dem kumpel mal getestet und dann hat man sich gesagt das hole ich mir auch oder so naja auf jeden fall fand ich damals immer den zweiten teil besser ein großer ein großes neues feature da drin war dann auch dass man beispielsweise diese ganzen helden oder schurkenfiguren selber spielen konnte das ging im ersten nicht da gab sie zwar drin aber da sind die quasi so als begleiter oder halt gegner halt durch die gegend gelaufen und dann konnte man die halt abschießen oder halt mit denen zusammen kämpfen aber selber spielen war halt nicht ne und das war das war im zweiten teil hat dann schon sehr cool ich will ich den ersten hatte ich mal damals auf pc gespielt da fand ich irgendwie cool dass du ja sogar teilweise so hybride aus raum und planeten schlachten hattest dass du in fluggeräte einsteigen konntest dann obwohl du gerade im nahkampf bist das da habe ich irgendwie nicht so reingefunden und ich hatte auch das gefühl dass das mag vielleicht falsch sein aber vom eindruck her war battlefront für mich das erste war sehr original trilogie und ich bin persönlich eher creeper weil ich mit dem prequels auch aufgewachsen bin und star wars battlefront 2 wie du schon sagtest man konnte die heldinnen spielen man konnte die schurken spielen und es war einfach es war einfach großartig und das war auch das spiel was ich mehr gespielt hatte und das war natürlich dann cool gerade so lokal koop mit droiden gegen klontropen oder umgekehrt und mein kumpel hat immer diese blöden droidikas gespielt es ist ja die sind so schlimm wenn du die anrollen siehst dann schießt du schon alles drauf ist schlimm 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 was war so für dich so wenn du magst du vielleicht 80.000 momente haben aber was war für dich so der allerbeste moment von star wars battlefront 2 das ist eine gute frage also meine geschichte zu dem spiel ist allgemein ganz witzig weil wie ich das spiel kennengelernt habe oder wie ich überhaupt gemerkt habe dass es rausgekommen ist war so ich habe einen bruder und wir hatten uns dann immer getroffen ich und mein bruder mit den kumpels halt so und da gab es einen tag da hatten wir dann damals weil wir hatten den natürlich im kino gesehen und dann damals die dvd zu star wars episode 3 gekauft das kam ja auch 2005 genauso halt wie das spiel und bei dieser bei dieser dvd war quasi eine demo dabei von diesem spiel und so haben wir dann überhaupt auch erst rausgefunden so von wegen ach was guck mal hier es gibt einen zweiten teil von von star wars battlefront wow cool und den konnte man tatsächlich dann damals das war auf der allerersten xbox den konnte man dann damals auch in dieser demo schon so zu zweit an an einer an einer konsole quasi spielen und dann haben wir uns da immer abgewechselt weil da war dieses dieser raumschiff kampf dabei wo man dann so zwei große schlachtkreuzer hat und man konnte dann in den flieger einsteigen und aufs gegnerische schiff landen und dann da systeme sabotieren und sowas und das fanden wir halt richtig 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 cool das war auf jeden fall auch so ein so ein neues feature was dann im zweiten teil dazugekommen ist was es im ersten so nicht gab das ist halt vor allem das war halt vor allem mit den filmen die zu der zeit rauskamen und ich glaube das ist eigentlich der beste move überhaupt gewesen dann nicht nur dieses single also keine single player spiel raus zu bringen beziehungsweise es gab auch ein star wars episode 3 spiel was ich bis heute auch das so ein bisschen her der ringe rückkehr des königs mäßig ist also man spielt eine figur eben durch die kampagnen mission und dann kann man die aufleveln also super cooles system aber gerade star was battlefront 2 dass man seine eigenen schlachten halt selber spielen konnte das war so großartig hast du da eine favorisierte konstellation ich spiel am liebsten das und das volk und das auf jeden fall auf dem planeten und so ich wechsle da eigentlich immer ganz gerne durch wenn man mich jetzt fragen würde welche welche meine liebste fraktion quasi wäre würde ich wahrscheinlich immer sagen das galaktische imperium aber also so einer okay so einer prequels mag ich natürlich auch echt gerne da wäre da finde ich es aber immer schwierig weil so irgendwie bei rebellen gegen imperium war ich immer auf der seite des imperiums und bei den prequels in der droiden armee gegen die republik hast gegen die klone hast da finde ich es dann irgendwie immer schwierig mich zu entscheiden weil da finde ich beide fraktionen eigentlich echt cool weil die irgendwie alle so unterschiedliche einzigartige einheiten haben also die die separatisten gerade da hast du ja schon gesagt so droidika ist also die sind da sehr kreativ gewesen was was so die die gegner typen die einheitentypen und so angeht ist schon schon sehr cool ich finde es ja klar bei rebellen gegen imperium ist klar imperium wer spielt schon die rebellen bei bei prequel finde ich das ist auch bei mir tagesabhängig also ich glaube am liebsten habe ich auf musterfahr gespielt oder eben nabu ich glaube so eine map die auf jeden fall viel dynamik mit sich gebracht hat war kashik vor allem wenn man auf dem wuki planeten das tor entweder noch nicht zerstört hat oder schon zerstört hat ich mochte vor allem diese diese karten auf denen halt wirklich viel passiert ist ich glaube jedi tempel ist auch eine super hart umkämpfte map weil die so super umwinkelt ist aber wenn wir mal ganz ehrlich sind wir haben glaube ich gern die einheiten gespielt um dann aber auf jeden fall die die heldinnen und die schurken zu spielen und da war mein natürlicher favorit man hat vielleicht schon raus gehört und für die leute die das schon seit jahren jetzt hören wissen das auch bei mir ich habe natürlich am liebsten darf maul gespielt und wenn ich richtig glück hatte dann lief natürlich genau in dem hintergrund gerade auch you love the fates im hintergrund und das war natürlich super episch wen spieltest du da am liebsten ich glaube so also ich glaube als kind würde ich sogar sagen obi van kenobi mochte ich immer richtig gerne ja ansonsten bin ich auch ein echt großer fan von so boba fett aber im spiel mochte ich dann natürlich immer mehr die die mit dem lichtschwert also das war dann natürlich noch mal cooler als wenn du dann so ein schützen hast da mochtest du dann die leute mit dem lichtschwert und mit der macht natürlich noch mal mehr und daher heute wahrscheinlich auch und weder oder so obwohl der relativ langsam ist natürlich das ist dann manchmal so ein ding es ist dieser 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 schwarze fleck meistens auf hoff wenn man das auf spiel man sieht irgendeinen schwarzen fleck auf dich zukommen der so ein bisschen rot leuchtet weißt du schon ja du solltest die beine in die hand das das ist die die beliebteste der beliebteste modus war ich weiß gar nicht mehr wie er genau heißt glaube heldenkampf auf jeden fall oder hero assault oder so und das war ja damals in der originalversion war das hier nur auf tatooine möglich ja das halt auch irgendwann super monoton geworden ist aber da wollte ich auch nie ein pistolero spielen weil das war immer super wird vor allem wenn du dann aber syf und jedi gespielt hast dann war plötzlich mit dieser macht schub dann hast du halt wirklich so ein bisschen tennis gespielt dass alle sich gegenseitig mit der macht von häusern geworfen haben ach das war fantastisch das war großartig ich habe dazu ich habe das spiel mal irgendwann ein paar jahre später kam das dann ja auf dem pc noch mal auf dass dann das server reaktiviert wurden und ich habe das spiel jetzt nie großartig online gespielt ich weiß nicht ob du das damals großartig online gespielt nur lokal das ist das was wir unter online verstanden haben genau das war bei mir halt auch so da hast du dann mit deinen kumpels gespielt und da hatte man natürlich dann vielleicht auch irgendwie regelungen oder sowas dass man dann gesagt hat jemand ans band jetzt nicht immer nur den macht schub macht schub macht schub oder sowas und auf dem pc in diesen online lobbies gab es dann auch ganz häufig mal irgendwie diesen hero assault modus und dann stand dabei um die no force powers oder sowas und dass man halt nicht die ganze zeit nur den macht schub da in die gegend haut weil dann fliegen alle nur durch die gegend und das macht dann ja auch irgendwann gar keinen spaß mehr das war vor allem nämlich jetzt als ich in der modernen version jetzt wieder gespielt habe und ich bin im online modus echt nur in eine totesstern map reingekommen und da haben die auch nur mit hell den gegen schurken gespielt und es war super lang super langweilig ich glaube das wichtige gerade dabei ist halt ich weiß nicht ob es für dich so war aber für mich auf jeden fall waren die die schlachten war mir jetzt irgendwie unwichtig ob mich gewonnen habe oder so mir war es irgendwie wichtig dass sie einfach möglichst explosiv rasant dass ich auf jeden fall was cooles auf dem bildschirm gezaubert habe mir ging es da nie drum zu gewinnen und ich habe auch gerade gemerkt als ich dann dieses ea ding viel viel später 2018 19 rum diese neuauflagen gespielt habe und das sind im online multiplayer das hat überhaupt keinen bock gemacht weil da hast du dich wirklich wie nur eine unwichtige einheit von vielen gefühlt und das hat sich nicht das war das hat keinen spaß gemacht okay oder siehst du das anders ich habe natürlich so die die neueren teile auch viel gespielt und ich habe da meinen spaß mit ich kann mich jetzt schwer daran erinnern wie ich da als kind zu standen das ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig aber ich will ich gebe dir das schon recht als kind hat man wahrscheinlich jetzt wenig interesse oder jetzt vielleicht wenn man ganz oft hintereinander verloren hat dann hat es einen irgendwann aufgeregt oder wenn man dagegen den kumpel verloren hat und dann hat der ein irgendwie so ein bisschen geärgert damit dann wahrscheinlich schon vor allem in einem droidica es ist so aber ansonsten stand da wirklich deutlich mehr so der der spielspaß an sich im vordergrund und dass man da gerade mit seinen liebsten figuren aus dem film oder aus den serien oder was auch immer dann halt irgendwie coole schlachten hat das stimmt schon ja aber dann bei den neu auflagen beziehungsweise da kann man super schnell mit den namen durcheinander kommen aber so diese neueren battlefront teile da warst du dann doch tatsächlich hast auch mal kompetitiv gespielt ja ich weiß nicht ob man das so nennen kann also so eine richtige szene gibt es da wahrscheinlich irgendwo dann schon aber da muss man sich da auch bei discord absprechen und so richtige also es gibt leider in dem spiel gibt es nicht die möglichkeit richtige privatspiele zu hosten das heißt man muss da immer über umwege das ganze gestalten im normalfall macht man das dann so es gibt da verschiedene server region und dass man dann server region im deal halt möglichst wenig gespielt wird meistens ist es glaube ich dublin also es gibt ein extra server warum auch immer für irland obwohl es dann auch in den allgemeinen europäischen gibt ich weiß nicht genau warum auf jeden fall ich meine zumindest dass diese ganzen leute sich meistens dann sagen wir stellen uns alle auf dublin suchen dann gleichzeitig dann kommt man auch ungefähr also recht häufig in diese gleiche lobby rein so kann man das machen habe ich jetzt selber nie groß gemacht so richtig competitive irgendwo war das für mich immer so ein und casual spaß shooter ding und ja also das habe ich so habe ich dann auch gespielt dürfte ich raten bist du glaube ich auch im shooter wenn überhaupt shooter spielst bist du glaube ich auch eher battlefield als call of duty oder ja das hat sich irgendwann irgendwie so ein bisschen gewandelt ich weiß nicht früher ganz ganz früher war es dann bei solaren partys da habe ich dann also da gab es halt battlefield vorher da habe ich dann sowas wie 1942 also das allererste battlefield ein bisschen gespielt battlefield 2 habe ich viel gespielt dann so online richtig habe ich battlefield 3 und 4 gespielt aber halt auch irgendwo modern warfare 1 als auch modern warfare 2 und black ops und sowas also irgendwo habe ich da beides mitgenommen und hat beides auch spaß gemacht ich weiß nicht mittlerweile sind irgendwie also call of duty ist man meiner meinung nach momentan sehr auf dieses battle royale die heißen dass da war so dass es sehr drauf fokussiert irgendwie und damit weiß ich so battle royale kann ich mittlerweile irgendwie nicht mehr viel abgewinnen das hat eine zeit lang sehr viel spaß gemacht aber mittlerweile ist es dann auch viel du musst da so viel zeit investieren und dann hast du mal eine gute runde und das ja irgendwie motiviert mich das nicht mehr ich weiß nicht ich finde es interessant also wenn du sagst dass das dass du multiplayer technisch mit dem star aus battlefront spaß hast würde ich das eher so in die battlefield richtung zählen weil man ja gemeinsam als team gegen eine andere dings kämpft und bei call of duty hatte ich immer das gefühl deine teammitglieder sind eigentlich nur köder für die leute gegen die du kämpfst damit du die anlocken kannst damit du halt möglichst hohe killstreaks machen kannst also das ist mehr so ein so ein solokrieg selbst beim team deathmatch und bei battlefield ist es wirklich eine gemeinschaftsarbeit und alle wollen den helden spielen natürlich oder die show kennen wie auch immer ich muss was ich halt wirklich episch fand waren das hat es jetzt schon mal schon angesprochen also die landschlachten fand ich halt mega cool vor allem aber auch die raum schlachten fand ich halt mega cool und eine zu den coolsten moves gehört ist natürlich ins gegnerische ins gegnerische schiff zu fliegen und dort eines der schiffe zu mobsen oder einfach nur ins gegnerische schiff zu fliegen und da halt alles von innen zu zerstören ich denke mal das sind auch deine bewährten taktiken gewesen ja absolut also ich war immer großer fan davon dann halt ins gegnerische schiff rein zu fliegen irgendwie so dass von außen kaputt machen ging natürlich auch aber irgendwo war das war das natürlich cooler wenn er dann richtig irgendwie rasant versucht mit so einem coolen manöver direkt in den hangar rein zu fliegen häufig ist man dann natürlich auch direkt an der hülle zerschellt oder irgendwo typisch irgendwo rein gecrasht aber manchmal sah das dann halt echt cool aus da bist du richtig schnell möglichst nah an diesem eingang dann auch ausgestiegen und dann direkt rein und irgendwo die sprengsätze platziert während der andere dann wenn du das vielleicht im geteilten bildschirm gespielt hast natürlich mitbekommen hat schnell versucht hat zurück zu fliegen oder so ach das war schon war schon schön aber eine aniken wird es ja auch von drinnen zerstören der wird sich auch nicht mit der außenhülle beschäftigen ja ach ja das war das war das war super 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 cool und ich also weil es gibt auch so viele einheiten die einfach viel mehr präsenz bekommen als in den filmen sei es jetzt beispielsweise eine sturmtruppe mit raketenwerfern eine sturmtruppe mit minigun oder auch bei den druiden vor allem hilft mir auf die sprünge wie heißen diese diese chromfarbenen zweibeinigen die direkt aus den händen schießen superkampf druiden mein setz ja wahrscheinlich also noch nicht die druidika sondern auch die die auf bei count duko rumlaufen genau die habe ich ziemlich gerne gespielt druidika hasse ich wie die pest die will ich nicht mal selber spielen also ich will sie nur bekämpfen und ich glaube gettling kann bei bei die klonen armeen fand ich richtig cool ja also wenn du die bei count duko meinst also entweder meinst du superkampf zu ihnen das wären diese aus aus episode 2 da in der geonosis arena die sind so ein bisschen dass der oberkörper so recht breit oder du meinst diese wirklich die in episode 3 häufiger mit so einer elektro lanze die haben so eine lila eine lanze dann in der hand das wären die magna wachen die gibt es glaube ich genau die gab es bei battlefront auch nee aber ich meine die superkampf druiden genau die die so hat das ist einfach nee das macht einfach spaß auch vor allem dann in irgendwelche fahrzeuge einzusteigen und alles zu beballern das war richtig richtig cool das sieht teilweise auch das sieht teilweise auch richtig ulkig aus wenn du dann so so diesen diesen wirklich breiten bulligen superkampf druiden hast und dann fährt der auf so einem kleinen speeder oder sowas von den gegnern hat den so geklaut sieht total witzig aus teilweise ich muss sagen hier wie heißt der ewok planet endor genau endor ist eigentlich leicht zu merken ist das episode 6 ist das ende der trilogie und das spielt auf endor richtig genau hier mein co-podcaster heute nicht dabei ist sebastian ist absoluter fan von hoff hat diese schlacht wahrscheinlich schon auf sämtlichen videospielen x mal auf beiden seiten durchgespielt meine frage an dich was ist denn der liebste schlacht im star wars universum jetzt mal unabhängig davon ob du sie selbst gespielt hast sondern auch vielleicht auch nur um nur zugesehen hast habe ich auch dann wieder eigentlich mehrere antworten denn ich würde das eigentlich oder ich unterteile das immer ganz gerne in so in so raumschliff schachten also wo dann irgendwie im space hier im weltall irgendwo gekämpft wird mit raumschiffen oder halt irgendwie eine kampfstation angegriffen wird und dann halt diese bodeninvasion bei diesen bodeninvasionen wäre es bei mir tatsächlich auch die die schlacht um hoff also ich fand das als kind sowohl auch immer cool als auch wenn man sich das heutzutage da gibt es teilweise natürlich dann so so dokumentation oder sowas mit behind the scenes kram wenn man sich das anguckt die die teilweise diese diese 80 80 walker oder diese kleineren 80 st walker per hand dann natürlich irgendwo immer sind so millimeter versetzt haben das beinchen so ein bisschen höher und dann kommt hier bild bild gemacht und dann kommt da wieder aus der luke raus und muss das so ganz penibel noch mal so einen kleinen millimeter nach vorne und geht wieder in die luke runter und bild gemacht und da gibt es dann natürlich auch werte wie viele bilder wie viele einzelbilder das waren und wie viel es dann so per motion capture quasi so hintereinander geschnitten wurde da also das ist das ist schon fantastisch also das sieht heute auch natürlich irgendwo manchmal sieht man das aber sieht heute auch noch echt gut aus und ich liebe diese schlacht einfach bei diesen raum schlachten da finde ich es wiederum ein bisschen schwieriger und ich tendiere da mittlerweile tatsächlich zu der aus rogue one da gibt es ja am ende diesen diesen anflug aus gariff also auf diesen planeten wo dann diese kommunikationszentrale ist wo sie dann da irgendwie alle hin wollen am finale und da haben sehr dieses große schild tor was so über dem planeten schwebt und das wollen sie ja aufkriegen und dann gibt es dann momente also ich liebe diesen einen schott da kommen so gefühlt 100 200 300 tie fighter auf einmal aus dieser station so raus geflogen und das sieht so unfassbar fantastisch aus also optisch sind die die sequels da finde ich tatsächlich oder diese diese neueren disney filme ja tatsächlich echt gut was was so diese raum schlachten angeht das sieht optisch einfach wirklich super aus ja fühle ich ich habe war gerade wieder da also das beschrieben hat das ich glaube ich habe mein lieblest liebstes duell ist tatsächlich darf maul gegen qui-gon jinn und obi wan wobei ich sagen muss episode 3 anakin gegen obi wan ist für mich das duell dass das noch mal auf jeden fall getoppt hat das vor allem auch von den musiken die mit eingeflossen sind und wie lang dieser kampf auf jeden fall geht ich finde es lustig du kannst diesen kampf übrigens in star wars episode 3 in dem singleplayer spiel kannst du diesen kampf aus beiden perspektiven spielen und du kannst ihn sogar mit anakin gewinnen ja das ist das ist super cool weil man dann so ein alternatives ende kriegt ne wo er dann sogar den den imperator quasi umbringt und dann wirklich der der anführer der galaxis wird das ist super cool der lässt ja echt nix anbrennen ne genau der macht also das war von anfang an der plan ne ich mache einfach ich erobere das also das was palpatine jetzt jahrelang geplant hat das mache ich jetzt einfach an einem tag schluss aus schluss aus ende vor allem zu sehen wie diesen jump den eigentlich gewonnen hätte ich liebe dieses singleplayer spiel großartig beste raum schlacht ich muss sagen also auch wenn es nicht ganz ersichtlich ist ob wer da überhaupt gewinnt finde ich den an episode 3 am anfang wo die einfach über croissant kämpfen und einfach eigentlich einfach nur eine material schlacht haben und wer explodiert am meisten immer toll zu sehen und ich finde auch noch mal so kämpfe das hatte ich jetzt auch schon mal einer anderen folge erzählt ich glaube am emotionalsten fand ich vor allem auch den kampf in episode 9 selbst wenn das nicht mein liebster teil ist aber dieser kampf zwischen ben und ray auf diesem todesstern trümmer teilen oder diese todes zerschötten todesstern das ist nostalgisch aber so richtig dass man fühlt boah ich bin alt geworden stimmt das war ja auch vor langer zeit in einer weit weit entfernten galaxis genau ein anderes thema warst du großer fan vom galaxis krieg ja absolut das fand ich ich fand das immer fantastisch und wenn man mich ich habe ja die neueren teile dann auch gespielt die von ea wenn man mich da immer gefragt hat was da so viel habe ich auch immer das angeführt weil das fand ich als kind so unfassbar cool das habe ich dann häufig auch zusammen mit meinem bruder gespielt und dann gegen gegen schwere ki gegner und da muss man da ja diese galaxis karte man man startet damit so ein paar planeten muss dann versuchen die halt taktisch irgendwo einzunehmen dass man dann erst sagen wir jetzt mal nach kashik fliegt und versucht den zu attackieren und dann zu übernehmen da kann man sich dann auch irgendwie mit den verdienten credits dann dann neue einheiten kaufen oder verschiedene boni kaufen und also das fand ich immer richtig richtig toll das ist richtig schade dass es so ein modus in diesen in diesen neueren ablegern leider gar nicht mehr gab es ist so echt so risiko vibe mäßig und vor allem man spart sich dann seine boni an und manchmal verliert man absichtlich eine schlacht weil man hier die boni sparen wollte und dann gibt es diese eine entscheidungsschlacht wo alle ihre bonis gleichzeitig einsetzen und es ist es ist manchmal fantastisch dann kreiert man plötzlich schlachten die besser aussehen als in den filmen besonders habe ich dann auch gesagt eigentlich würde sich sowas anbieten für so eine richtig besondere in der reinen theorie für so einen richtig tollen multiplayer modus wenn man halt wirklich sagt alles sind da richtige spieler und dann hat man wirklich setzt in großem stil hat man verschiedene clans da kann man vielleicht dann auch noch so sein 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 klaren tag oder seinen sein sein emblem erstellen was dann irgendwie bei den klontroopern oder wo auch immer auf den rüstungen ist oder sowas und dann könnte man halt wirklich sagen hier sagen wir mal du bist jetzt der anführer von und deiner eigenen klon legionen da sind dann halt 40 mitglieder drin oder sowas und dann sagst du hier unsere nächste große schlacht ist am samstag den 23 wer hat da zeit habt ihr da lust drauf und dann kommt ein anderer clan leader der dann halt auch sagt ja kommen hier wir greifen uns gegenseitig an und dann das kann man dann so richtig groß aufziehen das also in der theorie wäre das natürlich cool in der umsetzung irgendwo natürlich schwierig weil da muss man sich viel absprechen aber sowas stelle ich mir natürlich cool vor wenn das dann über wochen oder monate dann so geht dass man so eine große galaxis eroberung gegeneinander spielen könnte oder miteinander oder wie auch immer da kann ich ich kann dir tatsächlich kein keine star wars spiel in dieser richtung bieten aber was es gibt was ich halt super spannend fand was ich bei meinen schon game star report drüber geschrieben habe ist das spiel foxhole falls du das was sagt und das ist tatsächlich ein zweiter weltkriegs oder ist es irgendwie so sehr fiktiv gehalten auf jeden fall aber das ist ein 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 quasi ein mmo quasi oder ein multiplayer online spiel in dem zwei fiktive fraktionen gegeneinander kämpfen und du spielst nur eine einzige einheit und du spielst immer quasi einen front krieg krieg das halt eine fraktion gegen die andere kämpfen das zieht sich monatelang bis irgendwann mal eine fraktion gewinnt und dann fängt es wieder von vorne an du musst wirklich die gesamte wirtschaft aufziehen du musst das material liefern du musst die leute heilen das ist super super spannend und das gibt es bald auch in der mittelalter variante und das wäre natürlich in der star wars variante super spannend foxhole kann ich dir empfehlen mal rein zu gucken werde ich mal rein gucken ach ja ach galaxis krieg eroberungsdings das ist immer sehr sehr cool da kommen sehr sehr viele erinnerungen rauf wenn ich diese büchse der nostalgia nicht pandora nostalgia aufmache ach fantastisch lass uns von dieser nostalgischen ebene dann auf die moderne zurückkommen classic collection es ist irgendwie nicht das gleiche vor allem wenn mein bruder sitzt dann mein bruder sitzt nicht neben mir es ist nicht das was du schon beschrieben hast und dann möchte man in online multiplayer reingehen und die haben halt server technisch sich nicht auf diesen ansturm vorbereitet was ich nicht verstehe weil ganz ehrlich es ist eines der beliebtesten spiele von damals gewesen wie konnte man da ausgehen dass nur 200 leute das spielen wollen ja das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht besonders ich habe mich da ja auch so ein bisschen vorher mit beschäftigt und es gab da teilweise auch schon so trends die das eigentlich angezeigt haben beispielsweise gab es in diesen es gibt so statistiken über die playstation vorbestellungen und da war diese classic collection teilweise halt in den top fünf da gab es dann sowas wie das elden ring dlc was dann drüber war oder damals halt dann noch das neue final fantasy jetzt was rausgekommen ist dieses remake dieser zweite teil davon was dann drüber war aber wenn das dann schon in diesen top fünf vorbestellungen ist dann sehen die ja das sind so und so viele wahrscheinlich millionen vorbestellungen da müsste man doch eigentlich dann auch davon ausgehen wenn das nur bei der playstation schon so ist wahrscheinlich haben die entwickler selber da ja oder die die publisher noch mal mehr einblicke aber da müsste man doch wirklich davon ausgehen dass da ein großes interesse dran ist und dass man sich dann da auch richtig drauf vorbereitet ist eigentlich echt schade weil ich finde dafür dass man jetzt 35 euro zahlt es ist kein remaster es ist sah damals dass es eine sehr nostalgische grafik um das jetzt sehr sehr wohlwollend auszudrücken und sie haben nichts daran gemacht und du kannst jetzt diesen heldenmodus quasi auf allen karten spielen das hätten sie damals schon machen müssen man kann jetzt mit kit fisto und asia ventris weil ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe aber wie wird es ausgesprochen also ich sage immer asai asai ventris okay und deiner community komme ich auf jeden fall damit durch ich korrigiere ich habe das so ausgesprochen wie er es ausgesprochen hat das ist natürlich ein super gadget also super cooler bonus aber trotzdem 35 und jetzt weiß man auch dass der multiplayer modus noch lang gebrauchen wird wahrscheinlich um flüssig zu laufen es kann sein dass ich das in ein paar wochen vergessen habe dass dieses spiel erschienen ist wie geht es dir damit ja im endeffekt ist es immer so da fragt man sich dann auch immer warum wird das so gemacht also jetzt gerade dieses spiel ich meine das wird angekündigt irgendwann so im februar meine ich nicht dass da so eine collection auf uns wartet das heißt relativ zeitnah relativ kurzfristig überhaupt dass da sowas kommt jetzt habe ich auch häufiger schon gelesen warum hat man das eigentlich nicht so gemacht es gibt ja den 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 star wars tag im mai also der vierte mai warum hat man das nicht gemacht dass man sagt hey man bringt das am vierten mai raus und nutzt dann diese zwei extra monate die man gehabt hätte oder anderthalb oder was auch immer noch mal um da drüber drüber zu gehen das weiter zu polischen das weiter irgendwie besser zu machen oder so ist es denen einfach nicht aufgefallen oder was was war das das was war das problem wenn man das sowieso so kurzfristig macht ja die 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 wege der macht sind unergründlich die chlorianer machen ja was sie wollen ich bin gespannt ob sie jetzt wirklich zum star wars tag das wäre quasi die zweite chance ob sie dann noch irgendwie sagen leute wir haben noch drei zusätzliche maps oder so weil jetzt müssten sie liefern um das noch irgendwie zu retten zumal es ja wirklich nicht viel ist es sind diese 35 euro für beide spiele und letztendlich haben sie nicht viel gemacht wie spielen sich diese beiden neuen figuren hast du dich schon gespielt ja habe ich schon gespielt die fügen sich da eigentlich echt gut rein muss ich sagen gerade was bei denen ganz cool ist die haben jeweils so eine so eine quasi einzigartige machtfähigkeit sind ein bisschen ist ein bisschen komisch weil das sieht man so im richtigen star wars sieht man dass also in diesem kanon sieht man das so nicht das sind dann irgendwo so legends sachen also der kit fisto kann so ein macht ball sage ich dazu jetzt mal ich glaube das heißt auf englisch force orb kann der schießen das hat man in der in der animierten zeichentrick serie von clown was gesehen es gibt ja einmal dieses 3d animierte mit denen mit den richtigen cgi-figuren dann davor vor episode 3 damals kam noch so eine zeichentrick version davon raus da hat er das mal gemacht und ja so ist es ist ganz cool dass er das als einzigartige fähigkeit zu hat und die ventris die kann so kleinere dolche werfen die dann auch so in alle richtungen fliegen und sowas also das ist auch ganz cool und daher dass das das finde ich ganz ganz toll daran weil bei dem spiel war es ja so dass viele heldenfiguren dann auch die gleichen fähigkeiten haben das heißt beim lichtschwert bei einer lichtschwertfigur hast du dann ganz häufig entweder so ein macht schub der dann die gegner einfach weg drückt oder halt so eine art griff der die dann ran holt oder halten lichtschwert wurf oder so und ob du dann obi wahn spielst oder luke spielst die haben dann so ungefähr die gleichen figuren haben natürlich die fühlen sich trotzdem anders an aber von diesen fähigkeiten waren sie dann halt irgendwo recht ähnlich und das ist dann immerhin ganz cool dass man da für diese beiden figuren wenigstens eine einzigartige fähigkeit mit drin hat von da die fühlen sich auf jeden fall gut anfühlen sich fügen sich da gut rein gefällt mir das war tatsächlich also das hätte ich mir auch gerne in der 2005er produktion angeguckt wenn man unsere heldenkämpfe auf tatooine verfilmt hätte und alle jedi und siv aufeinander zu rennen und alle gleichzeitig diesen lichtschwert wurf machen und sich alle irgendwie in der mitte treffen oder ich auch irgendwie will die schwerter der anderen irgendwie auffangen also es war manchmal schon sehr blasphemisch möchte man meinen was da stattgefunden hat ach gottes willen 35 euro es läuft irgendwie nicht ach man es bei media die sind mir ein ich mag die eigentlich auch die hatten zum beispiel auch dieses pot racing das haben sie auch wieder hervorgeholt ich weiß gar nicht ob diese episode 1 geschichte die auch kürzlich kam ob das auch von denen ist ich würde vermutlich meinen hast du das gespielt diese wieder neu portierung keine neu auflage ich habe das indirekt gespielt weil ich habe es mir gekauft das hat tatsächlich auch glaube ich nur fünf euro gekostet was unfassbar günstig war was ich da aber schade fand das spiel gab es ursprünglich einmal für die playstation 1 und dann halt auch für den pc es kann auch sein dass es noch mal irgendwo für die dreamcast oder so kam das weiß ich gerade nicht aber auf jeden fall haben sie die für diese für diese portierung dann auch die ps1 version genommen was ein bisschen schade ist weil die optisch leider schwächer war als die als die damalige pc version also so was so polygon level und sowas angeht und daher ist das natürlich trotzdem dann mit einer höheren auflösung und allem drum und dran jetzt geschehen auf der playstation 5 aber man hätte also ich weiß jetzt natürlich technisch gesehen nicht wie schwierig das gewesen wäre aber wäre natürlich schön hätte man dann das auf grundlage der pc version gemacht dass du dann allgemein die die figuren genommen hätte sie sowieso schon mehr polygone hatten damals auf dem pc und dadurch dann halt noch mal irgendwie jetzt mit einer 4k auflösung die texturen vielleicht per upscaling oder sowas dass das dann dadurch noch mal zu einer noch hübscheren variante gekommen wäre ist ein bisschen schade aber das spiel also ich mir jetzt mir jetzt spaß gemacht wie gesagt das war relativ günstig es ist meine liebste episode nostalgisch gesehen ich finde drei auch gut zwei verliert einfach immer gegen in allem irgendwie das ist das problem wenn man das nicht damals gespielt hat dann dann tut man sich mit der grafik super schwer das gleiche problem habe ich irgendwie auch bei oblivion ich sage euch allen spielt nicht skyrim zuerst weil dann könnt ihr nicht mehr oblivion spielen ihr seid einfach zu sehr verwöhnt und dabei war es auch so ich finde es cool ich bin da steuerungstechnisch noch nicht so ganz reingekommen ich will es auf jeden fall spielen weil ich es cool finde dass vor allem der teil singledings bekommen hat und das ist auch ein cooles mod und für fünf euro meckert man nicht ne je teurer das wird desto kritischer wird man wie stehst du bist bist du bei bist du bei potracern aufgehoben gewesen oder war das nie dein genre also an sich ich bin nicht der größte rennspiel fan oder sowas ist das meiste was ich da immer gern gespielt habe war natürlich sowas wie mario kart was dann eher richtung so funracer geht und nicht mehr so simulations mäßig ich hatte das spiel damals nicht selber aber ich hatte ein kumpel der hatte das damals dann auch der n64 und da habe ich das immer gerne gespielt aber ich weiß auch dass ich das als kind verdammt schwer fand also superschwer die 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 anfangs level ging noch aber irgendwann kamen dann da auch so sachen wie so ein eisplanet ich weiß jetzt die namen davon wirklich gar nicht mehr ist leicht war es hoff oder ich weiß es nicht auf jeden fall ist man dann da halt auch so typischerweise über eis geschlittert und dann waren da irgendwo eisblöcke oder kleinere schluchten wo man durch muss und ich bin ich bin da ganz oft gestorben und fand das unfassbar schwierig teilweise vor allem der inflationäre gebrauch von duel of the fates ich liebe es in star wars battlefront aber in pot racer es lief die gesamte zeit über und das ist glaube ich eines der stücke die ich in meinem leben wahrscheinlich sehr häufig schon gehört habe als mein vater mal allein auf uns aufpassen musste und uns morgens aus dem bett rauskriegen wollte wusste er dass wenn er duel of the fates einfach laufen lässt dass wir einfach superschnell aus dem beck rausspringen und uns unsere plastiklichtschwerter greifen also mit duel of the fates tust du mir immer noch einen gefallen also das ganz ganz tolles stück aber ja es läuft einfach bei pot racer läuft das einfach viel zu häufig aber ich finde es cool dass man noch auf der marke halt aufbauen noch solche zusatz sachen macht kennst du kennst du kennst du kennst du den film eins von dreamworks ist das das ist das große krabbeln dann auf deutsch oder ist das große krabbeln aber nicht von nicht von pixar sondern von den machen von schreck die haben mich eine eigene ameisen animations verfilmung okay ich glaube dann dann nicht unabhängig davon die hatten tatsächlich ein racing game rausgebracht und so ich ich liebe ich liebe einfach alles damals als man noch dachte ja komm lass uns zu einem videospiel irgend irgendwas machen und lass uns ein racing game machen oder so ich liebe alles was in diese richtung geht dann muss ich mal ganz kurz ich finde das weil du jetzt auch schon häufiger gesagt dass mit der her der ringe spielen hier das die rückkehr des königsspiel oder da gab es ja auch die zwei türme als spiel die hatte ich auch beide und fand ich auch fantastisch und ich habe solche spiele also natürlich da gab es auch spiele die waren nicht so gut muss man sagen aber ich habe solche spiele einfach geliebt wurde irgendwie so einfach die handlung von dem spiel nach gespielt hast und dann gab es kleinere zwischen sequenzen aus dem aus dem film und also ich fand das immer cool ich finde das richtig schade dass das heute irgendwie ich weiß nicht ob es verpönt ist oder einfach allgemein das wird nicht mehr gemacht keine ahnung aber ich fand die eigentlich als kind fand ich die immer toll hat diese lizenz spiele vor allem mit diesem echt sequenz geht dann in gameplay sequenz über ne und das sieht so und bei her der ringe des königs wo du dann einfach figuren spielen konntest die gar nicht in den missionen vorkommen und dann quasi mit aragon und gandalf quasi gegen kankra die spinne kämpfst oder so hast du da dein komplett da kannst du ja so leveln du hast deinen komplett aufgelevelten gandalf der dann irgendwie aus seinem stab so super bälle schießt die dann alles one shoten oder so was irgendwann nur noch oder seine blitzkugel ne so eine blitzkugel vor allem die die der befehl das einzugeben war so ultra schwer und dann gab es ja später diese arena modi und wenn du es geschafft hast das einzugeben dann warst du dieser blitzball und hast einfach alles umgerannt ach großartig auch hier verzeiht uns wirklich diesen franchise wechsel gerade aber ich finde beide irgendwie gleich definitiv gleichwertig und als kind muss ich beide pro jahr einmal gucken heutzutage mache ich das nicht mehr aber hier schlacht um mittelerde 2 auch da auch diese ganzen schlachten die man dann nachspielen konnte auch die vor allem diese held in diesem mal selber basteln konnte es gab eine zeit da haben wir herde ringe technisch und star wars technisch wurden wir echt gut beliefert aktuell ist es nur star wars wenn ja ist die frage ne krieg schatten von morder und krieg von morder hast du die gespielt die jahre letzten her der ringe spiele ich wollte gerade sagen das gollum spiel kam dann auch noch und dieses moria spiel jetzt letztes jahr aber ja darüber da schweigt man glaube ich lieber drüber aber die beiden spiele habe ich gespielt die fand ich auch echt echt sehr cool die haben sehr viel spaß gemacht und auch wie du gesagt hast hier schlacht und mittelerde und sowas also irgendwie so im im bereich so jahr 2000 bis jahr 2010 so in diesem dieser spannende da gab es wirklich unfassbar viele spiele sowohl zu star wars als auch zu der herr der ringe und das war also das war schon super kennst du galactic battlegrounds ja aber das habe ich leider damals nie gespielt und ich würde das heute gerne spielen ich habe auch schon mal ich habe mir das spiel gekauft und habe auch schon versucht da irgendwie patches oder sowas zu finden die das auf heutige grafik hochgraden aber gibt es leider nicht so in der form das ist ja so eine art ich sage jetzt mal ganz gerne so age of empires 2 oder age of empires von der optik her in diesem star wars stil und da gibt es ja dann ich glaube man kann da auch die gangen zum beispiel spielen als fraktion und so das ist schon so es ist so lustig bei ich gucke eigentlich muss ich dazu mal ein report schreiben es ist das habe ich damals ein kumpel hatte aus irgendwelchen gründen oben hatten die neben dem schlafzimmer hatten die im büro mit drei pcs wahrscheinlich weil der vater irgendwas mit pcs zu tun hatte keine ahnung und das hat sich natürlich immer für lahnpartys also spontane lahnpartys halt angeboten die dauerten dann vielleicht mal so zwei stunden oder so das war auch so ein spiel was dabei vorgekommen ist also der beste kumpel hatte ein spiel ist war quasi damals unsere art andere art game pass damals genau dann hatten wir battlegrounds gespielt und es ist es mag jetzt vielleicht nicht gut sein aber ich liebe einfach sowas dass es einfach so unter uninterpretiert wird und dass man auch mal die gang ganz spielt weil ich finde es bei den filmen hat immer so schade wir kriegen immer nur eine sicht auf diese filme und es ist einfach viel cooler in einem spiel hat dieses gesamte dieses gesamte universum nutzen zu können für eigene zwecke für eigene momente du hast ja auch vorhin schon gesagt dass episode 1 echt gerne mag ich mag den tatsächlich auch lieber zum beispiel als jetzt episode 2 ich mag den auch echt gerne aber was da zum beispiel was was ich da immer schade finde jetzt gerade im nachhinein diese diese end schlacht auf diesen naboo feldern wo die druidenarmee sich ausklappt und dann gegen die gang ins kämpft das wird so unfassbar schön und toll inszeniert und es sieht alles richtig cool aus aber wenn dann diese eigentliche schlacht dann irgendwann losgeht sieht man leider unfassbar wenig oder ab irgendeinem moment sieht man dann sehr wenig von der eigentlichen schlacht sondern da sieht man sehr viele jaja binks macht irgendwie quatschmomente und tötet alles damit also was ich ich finde es okay dass sowas drin ist das gehört auch zu star wars rein dass man mal so einen lustigen moment drin hat aber da haben sie es an der stelle ein bisschen ein bisschen übertrieben ich hätte gerne noch mal so ein paar mehr schlachten momente gehabt und dann immer mal wieder so ein jaja binks macht quatsch und tötet jetzt aus versehen paar druiden und so ist es schade aber ich mag die trotzdem auch total gerne die schlacht also ich finde episode 1 und ich bin so froh dass ich demnächst jetzt auch mal wieder im kino sehr sehe die haben ja momentan 25 jähriges bestehen deswegen wird das in vielen städten halt noch mal gezeigt und ich habe den damals leider nie ich habe den damals nicht im kino gesehen ich habe den per dvd oder videokassette nachgeholt glaube ich und ich mag bei den prequels einfach dass die dieses venetianische haben dieses leicht römische was auch coruscant hat also die prequels haben so eine ganz eigene atmosphäre und ich finde es auch super cool dass dieser kampf halt beim helllichen tag stattfindet der braucht keinen sonnenuntergang der braucht keinen regen das ist einfach so eine samstag mittags stimmung genau in dem kontext findet dieser darf maul kampf statt und ich finde es gibt dem ganzen sowas total das ist der anbeginn von was großem und das spürst du wie die gesamte zeit in episode 1 ach ich liebe diesen film einfach und du hast vollkommen recht also gang jaja binks ist also ich warte immer noch darauf dass die daraus drehen dass er selber ein cis lord war weil es wäre einfach so perfekt das wäre schon super ich habe denn ich habe den damals sogar im kino sehen können als kind da muss ich so acht oder neun gewesen sein und ich kann mich noch recht gut daran erinnern da war man natürlich war man jetzt nicht soweit dass man das alles durchschaut hat eigentlich war es relativ offensichtlich aber ich kann mich noch genau daran erinnern ich dann mit meinem bruder dann danach diskutiert habe so von wegen ja glaubst du hier dieser 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 pelpetin das wird doch später der imperator ja ja genau das wird der obwohl es eigentlich im film ziemlich offensichtlich wird gerade wenn die dann da am ende dann stehen sie da bei der bei der beerdigung von qui-gon jinn und dann sagt da irgendwie meister joda so ja aber es gibt ja immer zwei von ihnen wer könnte es nur sein die kamera schwenkt so dann auch schon so auf diesen pelpetin drauf und es läuft schon so ein bisschen so angedeutet die musik und so aber naja als kind hat man sich dann da so da war man voll drin und hat dann so diskutiert und so ja das könnte ja so und so laufen und wow als kind war man so der reine sherlock ne omg vor allem auch bei episode 2 wo es ja noch offensichtlicher wird ne und ich habe sogar als als kind habe ich sogar den fehler gemacht ich glaube ich habe erst episode 2 und dann episode 1 gesehen und für mich musste ich erst mal verstehen wer ist anakin und wer ist dieser kleine junge ne und deswegen heutzutage ist das in meinem kopf alles wieder richtig geordnet nur am anfang ach so bei honorable mentions muss ich sagen ich habe als kind habe ich mich beömmelt als joda und es ist wirklich also als joda das erste mal gegen count dooku kämpft also ich habe als kind nicht aufgehört zu lachen wie lustig das ist dass dieser alte mann gegen diesen kleinen flummi ball kämpfen musste er wirklich von überall erst ach großartig ach die pequels haben so viel liebe und ich kann den sequels das gar nicht so geben wie kommt kommt die frage steht der gesamte zeit schon im raum matthias tombi sag's mir was ist deine lieblings trilogie also da muss ich sagen das wäre für mich die original trilogie also vier bis sechs ich mag die die prequels auch total gerne ich habe da also natürlich da gibt es dann irgendwo kritikpunkte die man auch irgendwo nachvollziehen kann ist jetzt nicht immer so dass ich dann sage ja kann ich gar nicht verstehen aber ich mag die auch total gerne liegt bestimmt auch daran ich bin dann irgendwie so aufgewachsen ich habe halt gerade noch die original trilogie zuerst gesehen mit mit halt der videorekorder damals noch per vhs kassetten und dann kamen als ich halt klein war wie gesagt 8 9 kam episode 1 ins kino das habe ich dann geschaut und dann halt im drei jahrestakt dann jeweils halt die nächsten episoden und ich fand die als kind immer cool ich finde die auch heute noch cool die prequels waren super viel spaß bei den sequels bin ich leider auch ja eher so ein bisschen durchwachsen gemischt episode 7 fand ich ehrlich gesagt ganz gut man war ein okayer start so in eine neue trilogie 8 und 9 fand ich dann leider gar nicht mehr so toll da hätten sie für mich irgendwo anders ist anders gestalten müssen oder das irgendwie irgendwie anders weiter für ein bisschen nach 7 hätte ich gesagt kann man noch was ordentliches draus machen 8 und 9 dann naja und wie wir schon gesagt haben sie haben uns immer noch nicht den kampf zwischen grievous und irgendeiner anderen die acht laser schwerter hat also deswegen dann kann das gar nicht schon dings empfindet faszinierend dass du auch so ihren original triologen fan bist ich ich bleibe bei prequels einfach weil die die werden mittlerweile mehr geliebt weil einfach die sequels den hass jetzt abkriegen aber ich war schon immer prequel und bei den sequels muss ich sagen ich habe immer ich kenne immer coole momente aus den filmen und alles drumherum finde ich dann meistens mega langweilig weil die besten duelle waren irgendwie in neun ich finde neun aber super schwach und ich finde bei acht finde ich es großartig wie dieser film einfach permanent mit dieser erwartung gebrochen hat und für mich so der arthausigste film ist trotzdem ich kann diesen film auch nicht komplett am stück gucken weil ich dann irgendwie gesamten casino planeten überspringen muss so cool der auch aussieht aber das hat einfach mit der handlung überhaupt nichts zu tun sondern ist halt nur reines cgi fest ne bohr wollt ihr mal sehen was wir heute drauf haben ja nicht das mit den acht laser schwertern das haben wir immer noch nicht drauf aber wir haben diesen mega fetten casino planeten ja ich finde es bei acht also das mit den erwartungen kann ich verstehen aber ich finde das macht er dann auch einfach zu oft also das ist mir dann einfach zu oft dass dann irgendwie na jetzt erwartest du das ach komm wir machen jetzt was ganz anderes und dass das zieht sich ja wirklich die ganze zeit durch den film und dann auch bei momenten die ich eigentlich ganz gern gesehen hätte beispielsweise jetzt das am recht recht zum ende des films bietet ja dann kylo rennen der ray an kommen wir machen was ganz eigenes was ganz neues da hätte ich zum beispiel mutig und cool gefunden hätte dann ray wirklich gesagt kommen machen wir wirklich wir machen jetzt eine allianz und dann wird in neuen kommt es dann irgendwie zu einem ganz zu einer ganz anderen konstellation als jetzt dieses typische gut gegen böse aber haben sich dann auch wieder nicht getraut und der schade aber naja ich hätte wenn sie den stil von acht beibehalten hätten dann hätte ich neun echt gerne gesehen das stimmt also und neun war da quasi wieder so die wiedergutmachung von acht deswegen dieses gesamte das gesamte secrets funktioniert alles hinten und vorne nicht ich bin ich bin auch wenn ich viel kritisiere an dieser an diesem franchise ich bin großer fan man kann mich mit den serien irgendwie überhaupt nicht abholen dass was ich auch worauf ich am meisten mich gefreut habe obi-wan war leider sogar die schwächste kannst du mir da irgendwas gutes empfehlen was die serien angeht also wenn du natürlich wenn du wenn du jetzt hier die prequets sehr gerne magst würde ich natürlich die die animierte clown war serie oder die würde ich empfehlen auf jeden fall also die baut ja noch viele viele sachen wieder auf auch gerade so ein charakter wie darth maul taucht dann da ja auch wieder auf ob einem das jetzt gefällt oder nicht lassen wir jetzt mal lassen wir jetzt mal stehen natürlich darth maul gefällt einem immer aber er ist das ist das auch aus heutiger perspektive geht das noch oder würdest du es dann verzeih mir kindisch oder infantil sehen oder findest du das richtet sich auch an erwachseneres publikum also bei es ist immer so eine doofe aussage aber es gibt da folgen die sind sehr sehr kindisch gehalten aber gerade so ab der vierten staffel zieht es unfassbar an oder dritte dritte vierte staffel zieht es unfassbar an dass es dann irgendwie einen ziemlich roten faden hat und man man verfolgt dann wirklich handlungsstränge wirklich über längere zeiträume die dann auch immer spannender werden und spannender werden und auch sich an erwachsene richten in den ersten ein zwei drei staffeln hast du dann immer mal wieder so ausreißer dann hast du da irgendwie weiß ich nicht padme ist dann auf politischer mission und dann besucht zu irgendeinen anderen senator und dann ist da jaja binks dabei und der ist tollpatschig und so passieren dann auch interessante dinge innerhalb der folge aber manche folgen sind dann auch wirklich ja okay andere sind dann wiederum richtig cool und ein bisschen darauf an was man dann gerne sehen möchte da hast du da irgendwie so ausbildung von von klonen und dann siehst du da quasi diese diese trainings abläufe das wird ja in episode 2 so ein bisschen angedeutet wenn obi waren da so durch die durch die camino hallen läuft dann guckt er sich ja so die verschiedenen stadien an wie sie als baby sind und dann üben sie da irgendwann so an computern und da hast du dann folgen da wird dann wirklich gezeigt wie die so in verschiedenen squats ja trainieren und üben und wie die dann ihren zusammenhalt bekommen und so also das ist schon ist schon cool das würde ich auf jeden fall empfehlen muss man sich wie gesagt vielleicht gerade bei den ersten zwei drei staffeln mal durch folgen die dann eher so sind aber sonst ist die serie super also gerade dann ab der dritten vierten staffel die läuft insgesamt sieben staffeln und ansonsten was sehr hoch gehalten wird ich glaube das ist auch momentan somit das erfolgreichste bei star wars ist halt the mandalorian ja wir hatten auch schon in einem anderen talk wurde mir jetzt andor empfohlen mandalorian wird wieder kritisch gesehen je nachdem nach welcher staffel weil schlechter besser oder nie gut war oder so ich finde ein ratschlag bezüglich clone wars michael quäl dich du die durch die ersten drei staffeln und dann schau also dann wirst du die mit der vierten belohnt oder überspringen die ersten drei und dann fang mit der vierten an das nehme ich mal so mit obwohl ich fühle schon ganz schön hart ausgedrückt ist muss man auch sagen es kommt ein bisschen darauf an natürlich wie resistent oder wie 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 anfällig man bei sowas ist ob man jetzt sagt ach was gucke ich mir gerade an oder ob man dann sagt ach komm die eine folge nimmst du mal mit auch wenn es jetzt nicht so dolle war oder so das sind auch schon gute sachen dabei in den ersten ich weiß nicht ich weiß nicht wie es dir geht ich finde avatar herr der elemente ist für mich eine der besten fantasy serien überhaupt und ich weiß wenn ich das leuten zeige die sind am anfang immer bei der ersten staffel sind die so ein bisschen ist ein bisschen kritisch weil die denken ist das eine kinderserie und dann fängt es aber auch mit der siebten oder sechsten folge ist das glaube ich dann fängt das an so richtig so ist richtig seine normale düsternis zu bekommen oder seine ernsthaftigkeit und bis zu der folge muss ich durchhalten wenn du dann sagst die dresden drei staffeln sind so ein bisschen durchwachsen bevor es mit der vierten episch wird ja das nehme ich mit das ist eine ehrliche einschätzung dazu ja aber wie gesagt kommt kommt auch ganz drauf an andere leute wird es direkt ab der ersten folge abholen aber es ist halt ist halt so eine frage wie wie man da drauf ist ich bin auf dieses äckere bin ich echt gespannt wo die leute jetzt schon sauer sind dass die folgen alle so kurz sind wo ich mir denke leute qualität über quantität mal ganz ehrlich na aber ich willst wo du es erwähnt hast möchte ich noch einmal über diese wirklich episode zwei sprechen dass wir uns mal auf der zunge zergehen lassen dass das eigentlich im in einem zentrum einer wesentlichsten handlungspunkte ist das wie bei einem amazon paket dass die die empfangsadresse einfach nicht mehr aktuell ist und obi wann auf camino hinfährt und sagt ja sorry auftraggeber ist tot aber sie können mir das gerne an coruscant schicken dass das eigentlich streng genommen das große problem in camino ist dass die nicht wussten wer gerade der aktuelle der was die aktuelle empfangsadresse ist wenn obi wann nicht hingegangen wäre was hätten die dann mit der armee gemacht wäre die dann gelagert worden oder was ja gute frage ist auch ist auch witzig wie dann obi wann da einfach so mitspielt und dann ach ja eine klonarmee ich gucke die mir mal gerne an ja klar ist die denn schon bezahlt ja das ist ja nett die gucke ich mir mal an hier gucke ich mal rum also sie können sie können auch ein interview mit demjenigen haben den wir eigentlich geklont haben ja klar wenn mich das gerade weiter es ist auch episode zwei man muss episode zwei er als comedy serie sehen dann dann funktioniert dieser film viel 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 besser ich finde es so unglaublich wie viele memes aus dem film stammen und ja aber da sind die prequels sowieso top also diese ganzen prequel memes die sind schon verdammt witzig also man darf das auch alles manchmal nicht zu ernst sehen oder es ist ja ich finde ich finde einen der momente aus acht ganz toll wo wo luke ich glaube luke zündet zündet diese alten jedi schriften an und joda sagt als geisterform nur so zu ihm ist auch nur ein ganz alter ist auch nur alte wälzer oder alte alte wälzer dies sind und ich das finde ich das finde ich jetzt auch einfach mal sehr bodenständig dass die immer weil die alles so brutal ernst nehmen dass die dann auch mal sagen ja unser job ist auch manchmal einfach nur total skurril und absurd großartig ähm äh tommi hast hast du und matthias hast du noch gerade irgendwas woran du mich woran du die community teilhaben lassen möchtest irgendeine spiele empfehlung irgendein lieblingszitat irgendwas star wars mäßiges weil das passt jetzt hier glaube ich noch rein das ist ja eine gute frage da stellt der fragen da stellt der böse fragen oh sorry ja an sich wenn man wenn man irgendwie aus ist auf spiele oder sowas in der richtung dann würde ich eigentlich fast immer empfehlen man kann und das ist ja eigentlich recht bald auch dann mal gucken ob dann so zum zum vierten mai hin da gibt es dann ganz häufig bei bei steam oder bei allen möglichen anderen shops diese diesen playstation shop oder xbox oder was auch immer da gibt es dann ganz häufig irgendwelche angebots wochen da kriegt man dann häufig irgendwie ganze collections oder sowas für für relativ wenig dann irgendwie fünf bis 15 euro oder sowas und dann sind da wirklich ganz viele spiele drin und mehr man kann da mal reingucken wenn man wenn man denn den den fünfer oder den zehner übrig hat denn es gibt ganz häufig auch irgendwelche älteren spiele jetzt auch beispielsweise dieses battlefront classic collection oder halt dementsprechend dann in den ersten und den zweiten battlefront teil die da lohnt sich mal rein zu gucken auch gerade nur wenn man mal vielleicht den single player anspielen möchte oder so ob jetzt diese neue collection für für 30 35 euro gerechtfertigt ist das ist stelle ich jetzt mal in frage aber wie gesagt wenn man diese angebotswochen mal abwartet und dann mal so ein bisschen guckt da kann man auf jeden fall häufig mal irgendwas irgendwas cooles finden und dann wie gesagt wenn man dann fünfer oder zehn ausgeben muss da wird man schon sein spaß mit haben denke ich joda das hätte nicht besser sagen können was mich jetzt noch kurz interessiert einfach nur damit wir denn damit wir wirklich über alles quasi geredet haben in einer stunde fallen order ja oder nein ja absolut ja also ich bin ein riesengroßer fan von von fallen order und auch dem nachfolger dem jedi survivor finde ich finde die fantastisch ich finde es natürlich schade wenn dann manche leute sagen damit können sie nicht viel anfangen weil sie dann dieses ich sage jetzt mal souls artige system dahinter nicht mögen dass dann gegner respawn und das ist vielleicht ein bisschen bisschen schwieriger ist und dass man da wirklich ja mit so einer art kampf taktik rangehen muss oder die angriffsmuster der gegner so ein bisschen lernen muss und schauen muss wie kontert man das jetzt aber ich finde das super super cool und gerade für so leute die jetzt vielleicht so ein bisschen ganz leichte varianten von souls games haben möchten finde ich das persönlich eigentlich einen sehr guten einstiegspunkt weil da kann man ja auch den schwierigkeitsgrad anpassen da kannst du ja wirklich auf auf story spielen dann ist es sehr sehr einfach oder du spielst dann da auf dem schwierigkeitsgrad ich glaube da ist dann jedi ritter oder padawan oder sowas und dadurch ist es dann auch relativ leicht und verzeiht sehr viel aber man kann sich das auch echt schwer machen wenn man sagt ich möchte jetzt wirklich eine krasse experience haben eine schwierige experience haben dass man halt dieses typische hat wo man sich dann sagt boah jetzt habe ich mir den 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 sieg über diesen boss oder über diesen gegner wirklich auch verdient und dann hat man ja diese dieses dieses glücksgefühl dass man nach einer halben stunde einer stunde oder was endlich diesen gegner geschafft hat das kann man sich da auch irgendwo zusammen basteln wenn man dann halt auch möglichst schwierig spielt oder so also ich finde die spiele fantastisch sowohl story mäßig als auch so gameplay mäßig wir machen die richtig spaß auch wenn ich da wie gesagt verstehen kann wenn manche leute sagen gefällt mir nicht so ich sage dass die die brillanteste idee war wirklich gewesen dark souls mit star wars zu kombinieren diese kämpfe liebe ich in diesen spielen wirklich woran es mich eher stört ist dieses anschartet sagt man backtrigger beziehungsweise dass du halt wieder auf planeten musst weil du neue fähigkeiten hast diese art von erkundung das stört mich immer so ein bisschen ich würde am liebsten alles auslassen und denke mir dann immer wenn ich dann wieder zurückkommen muss weiß ich nicht aber ich muss sagen kampftechnisch stimme ich dir absolut zu und vielleicht nehme ich deinen rat auch einfach jetzt habe ich einfach heute eine riesige liste an ratschlägen bekommen dass ich mit der richtigen perspektive diese werke vielleicht besser verstehe danke dafür meister ich habe bei den bei den beiden spielen habe ich auch häufiger gehört dass viele leute dieses da gibt es häufiger mal so ich sage jetzt mal jump and run passagen so klettern geschicklichkeitsmäßig dass sie das nicht mögen kann ich natürlich auch verstehen ist halt so ein ding entweder weist man sich durch wenn man sagt nach komm ich mag das kämpfen so gerne oder man sagt dann gut ich lasse es sein aber auch jetzt so ein fallen order wird man wahrscheinlich wenn es im angebot ist auch für irgendwie zehn euro kriegen denke ich mal also einfach mal abwarten und man kann ja mal reingucken vielleicht gefällt es einem vielleicht gefällt es einem nicht wenn man denn das geld dafür hat für ein fünfer für ein zehner reinzuschauen ja ansonsten einfach mal irgendwo gameplay angucken und schauen ach gefällt mir das oder gefällt mir das nicht ich feiere deine crygons einstellung dazu finde ich finde ich finde ich sehr gut magst du uns zum abschluss noch teilhaben lassen was bei dir demnächst auf dem kanal abgehen wird ja eine gute frage also ich bereite mich natürlich ganz stark auf star wars outlaws vor das wird jetzt das kommende ubisoft spiel werden habe ich richtig richtig lust drauf da wird auch viel ja gemunkelt dass das relativ bald dann irgendwo richtig in richtigen großen trailer noch mal gibt oder neue informationen mit einem großen ja vielleicht dann hoffentlich endlich release datum oder so ne dass man dazu dann irgendwie noch mehr informationen bekommt wer weiß wer weiß also ich denke mal gerade dann auch sie nutzen das ja häufig aus mit dem star wars tag dass man dann bis dahin oder vielleicht auch an dem tag dann irgendwie groß noch mal einen großen trailer kriegt oder gesagt das release datum kriegt oder so habe ich natürlich richtig lust drauf ansonsten eigentlich alles rund um irgendwie star wars gaming jetzt gerade natürlich die battlefront classic collection da werde ich ordentlich noch was zu machen ja ansonsten einfach mal schauen was so was so kommt ich gucke auch ganz häufig mal in irgendwelche modifikationen oder sonst irgendwas rein die dann noch mal so ein bisschen was umstellen jetzt beispielsweise auch bei bei jedi fallen order oder jedi survivor dass dann da irgendwie noch mal verschiedene gegnertypen dann an ganz anderen plätzen sind oder sowas in der richtung das macht auch immer wieder spaß ich bin jedes mal dankbar wenn mich jemand daran erinnert dass outlaws ja noch kommt ich vergesse es jedes mal und ich muss permanent von leuten daran erinnert werden was daran schön ist das kommt ja von massive entertainment von den division machen und die kennen sich halt auch einfach mit third person super aus deswegen das ist auf jeden fall in den richtigen händen da habe ich bock drauf danke für die erinnerung richtig um rund um den vierten mai ist die marketing macht an diesem tag wirklich sehr sehr stark die macht die macht es stark bei diesem und deswegen bin ich bin ich noch gespannt also ich folge das gerne mit großem interesse und tommy ist war mir ein riesen vergnügen dass du da warst komm bitte bitte wieder ja gerne also super viel spaß gemacht mit ihr hier zu reden leute denkt dran wir haben auch eine wahrscheinlich eine kleine mini themen woche und wir werden alle creator in die wir dafür bekommen haben also sowieso schon mit denen über star wars gerät haben wir die werden mir einfach noch mal nerven dass die bitte zur star wars themen woche auch wieder vorbeikommen vielleicht hat vielleicht hat tommy bis dahin auch battlegrounds schon zum spielen gebracht das ist ja super ach großartiges spiel aber danke auf jeden fall auch da noch mal für die erinnerung da würde ich echt gerne noch einen report zu machen leute wenn ihr das auf youtube gehört hat bitte hinterlassen dann gleich einen kommentar lasst uns an euren star wars vergangenheits kindheitserinnerungen teilhaben was habt ihr damals auf dem sofa mit euren lieblings schlachten erlebt was war euer liebstes spiel wie steht ihr zu jaja bings das ist auch einfach eine leidige frage die man roman lang beantworten kann das gleiche gilt natürlich auch für die podcast apps eures vertrauen spotify apple und co liken kommentieren was ihr auch nicht könnt dort und denkt dran wenn ihr noch nicht auf unserem discord war kommt uns dort gerne besuchen für coole diskussionen und wir haben ein super tolles bonus programm mit super vielen zusatzformaten für minimum fünf euro im monat geht es los alle leute die hinter der paywall sind schon übelst glücklich und würden sich freuen wenn ihr auch dazu kommen würde in diesem sinne es würde in keinem podcast besser passen als in diesem der kuchen sein mit euch tschau tschüss